Bei der ÖVB geht es nun Schlag auf Schlag. Nach den unzähligen Skandalen rund um noch ÖVB-Finanzminister Gernot Blümel wurde heute bekannt, dass niemand Geringerer als Sebastian Kurz als Beschuldigter der WKStA, also der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwalt, geführt wird aufgrund einer mutmaßlichen Falschaussage. Darüber sprechen wir heute mit unserem freiheitlichen Fraktionsführer im Ibiza-Untersuchungsausschuss, Christian Hafenecker. Lieber Christian, wie kann man diese Ereignisse kommentieren? Naja, wir sind davon ausgegangen, dass dieser Tag einmal kommen wird, denn bereits bei der Befragung von Sebastian Kurz haben wir festgestellt, dass seine Aussagen nur gelogen sein konnten. Es geht konkret um die Frage danach, wie weit er Bescheid davon gewusst hat, dass Thomas Schmid ÖBAG-Chef werden soll. Da haben wir gesagt, er hat es irgendwo gehört. Fakt ist, dass er, wie wir dann später aus den Chats erfahren haben, ja sogar involviert war in diese Diskussion. Stichwort, du bekommst eh alles, was du willst. Das war die Aussage von Kurz damals in Richtung Schmid. Und das war eben die Falschaussage, die heute auch schlagend wird. Und mit dem beschuldigten Status von Bernhard Bonelli und Sebastian Kurz muss man sich schon langsam die Frage stellen, wer in der ÖVP nicht beschuldigt ist. Also hier ist eine Regierung am Werk, die jeden moralischen Anspruch verloren hat und eigentlich auch geschlossen zurücktreten müsste. Noch vor kurzem war der Aufschrei sehr groß, als der ÖVP-Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka in einem Interview meinte, er könne sich vorstellen, die Wahrheitspflicht im Untersuchungsausschuss abzuschaffen. Nach der jetzigen Aufdeckung braucht man sich darüber wohl nicht mehr wundern, oder? Ja, genau so ist es. Also wenn Sebastian Kurz sagt, er hat alles getan, um den Untersuchungsausschuss in seiner Aufklärung zu unterstützen, dann sieht man, dass sie maximal alles dafür getan haben, um den Untersuchungsausschuss zu sabotieren oder zu sabotieren, je nachdem, wie man es sehen möchte. Und deswegen auch diese Forderung von Wolfgang Sobotka, dass man in Zukunft im Untersuchungsausschuss lügen können soll. Das heißt, sie wollen in Zukunft einfach gezielt die Unwahrheit sagen. Wahrscheinlich entspricht das am ehesten der Einstellung der ÖVP, dass man halt einfach einmal nicht die Wahrheit sagt. Aber dafür gibt es natürlich von uns keine Mehrheit. Im Gegenteil, der Untersuchungsausschuss ist die schärfste Waffe des Parlaments und hier kann man keine Aufweichungen vornehmen. Und schon gar nicht, wenn es nur darum geht, den einen oder anderen ÖVPler irgendwie zu retten, dem schon das Hals bis zum Wasser oder darüber hinaus steht. Viele Österreicher fragen sich jetzt natürlich zu Recht, was ist los mit den Grünen und vor allem auch, was ist los mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Wir erinnern uns zurück ins Jahr 2019, da wurde Innenminister Herbert Kickl damals entlassen, ohne Grund. Jetzt sind da diese vielen Skandale aufgepoppt und immer noch ist die Regierung im Amt. Warum? Ja, die Grünen spielen hier tatsächlich die Rolle eines Beitragstäters, das heißt sie unterstützen die ÖVP bei allen Machenschaften, die sie momentan zu verantworten hat. Und ich denke für die Grünen ist jetzt fünf nach zwölf die Notbremse zu ziehen, diese Koalition aufzulösen und wiederum sozusagen zu den Rechtschaffenden zurückzukehren. Denn momentan, wie gesagt, machen sie nur Beihilfe für die ÖVP und auch Alexander Van der Bellen, der, wenn wir uns richtig zurückerinnern, vor wenigen Tagen eigentlich einen Auftrag des Verfassungsgerichtshofes missachtet hat und die Exekution nicht durchgeführt hat, macht sich hier mitschuldig. Also ich denke, für die Grünen ist es ganz, ganz dringend an der Zeit hier mal grundsätzlich sich zu überlegen, wo sie stehen und wo sie am Ende des Tages hinwollen. Denn eines ist klar, momentan, wenn sie diesen Kurs beibehalten, werden sie mit der ÖVP untergehen. Und auch wenn ich an die ÖVP denke, ist es glaube ich wichtig, dass sie jetzt an sich die eigenen Maßstäbe anlegt. Ich erinnere mich an den Tag nach dem sogenannten Ibiza-Skandal, als Gernot Blümel noch in der ZIB 2 gesessen ist und gesagt hat, es geht einfach nicht mit jemandem zu regieren, der Beschuldigte an einem Verfahren ist. Also ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt erreicht, wo die ÖVP genau diese Messlatte an sich selbst anlegen müsste. Zum einen ist die halbe Regierungsmannschaft mittlerweile als Beschuldigte geführt, die andere Hälfte der Regierungsmannschaft besteht aus Dilettanten. Insgesamt denke ich, Grund genug dafür zu sagen, wir sind gescheitert und wir treten geschlossen zurück. Und vielleicht noch ein Punkt dazu, auch das sollte man der ÖVP nicht auf den Leim gehen. Es muss nicht zwangsläufig Neuwahlen geben. Im Gegenteil, das Parlament ist nach wie vor handlungsfähig, es ist nur immer die ÖVP, die nicht handlungsfähig ist. Das heißt, man könnte natürlich auch eine neue Regierung bilden, einen Quartonsanitär. Das heißt, ein Schulterschluss aller Parteien außer der ÖVP, um dieses Land wiederum in den demokratischen Bereich zurückzuführen und vor allem auch die Sümpfe trockenzulegen, die die ÖVP hinterlassen hat. Der Ibiza-Urschuss hat ja schon in der Vergangenheit sehr viel aufdecken können. Nun steht dieser Ausschuss aber kurz vor dem Ende. Was bräuchte es hier jetzt? Ja, also wir haben jetzt die Situation, dass wir noch bis 15. Juli die Beweismittelaufnahme durchführen können. Danach ist hier einmal Schluss. Das heißt, es wäre hier dringend nötig, die dreimonatige Verlängerung zu ziehen, die ja von den Regeln her grundsätzlich möglich wäre. Das Problem ist aber nur, dass es hier eine einfache Mehrheit, sprich mehr als 50 Prozent braucht. Sprich, die Grünen müssten hier dafür stimmen. Es wäre zum Beispiel eine Möglichkeit für die Grünen, hier einmal klarzumachen, dass die Grünen nichts mit Korruption und im weiteren Sinne auch nichts mit den Machenschaften der ÖVP zu tun haben, wenn sie hier zustimmen. Das heißt, wir könnten dann gerade jetzt, wo die brisanten Informationen aus dem Finanzministerium kommen, wir erwarten eine weitere Lieferung auch aus dem Kanzleramt, dass wir hier weiterarbeiten könnten. Das ist eine Option. Und die andere, das sehe ich auch relativ entspannt, wäre, dass wir dann im September sagen, dies einmal der Endbericht vom aktuellen Untersuchungsausschuss, und sofort einen neuen Untersuchungsausschuss einberufen, den man unter das Motto ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss stellen könnte, wo man zum einen die Dinge weiter bearbeitet, die wir jetzt gerade im Begriff sind, aufzuklären, und auf der anderen Seite aber auch noch neue Themen dazunimmt, wie zum Beispiel die Beschaffungsgeminalität, möchte ich ja schon fast sagen, im Zusammenhang mit den Corona-Maßnahmen. Es gibt definitiv noch viel zu tun. Lieber Christian Hafenecker, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön.